Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie. Vor allem, wenn ich auf dem Boden rumschlittere. Da kacken sie mich dann extrem an. Fickt euch. Oh ja, falsche Richtung. Oh man, ich hasse es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich finde, Kirby hat extrem verzögerte Reaktionszeiten, wenn du Optionen auf dem Gamepad ausführst. Es ist einfach so, da kann mir keiner irgendwas erzählen von wegen gutes Game-Design. Ja, Metanai, fick dich. Ich hab gleich schon wieder ein Game Over am Start, nur wegen dir, du Mixer. Ja, Alter! Fuck off! Fuck off and die! Aber ich seh jetzt doch keine Safe-Sates ein, ich bin doch nicht blöd. Der Kirby braucht nur noch keine verfickten Safe-States. Der Welcher ist sehr schlecht. Ja, klar, natürlich drückt's mich. Wegen dem Scheißgeschlitter. Wegen dem Scheiß... Ah. Fuck off mit deinem Scheiß-Dreizack. Wer denkst du, wer du bist? Neptune oder was? Scheiß-Idioten. Scheiß-Idioten-Pisser. Jetzt hab ich dich gegessen. Oh! Ey! Ich war nicht, wenn ich... An dem jetzt freck, ne? Okay, fast bin ich gefreckt. Zum Glück hab ich jetzt das Level fertig! Oh, fast. Oh, Alter, hätte ich nicht den ersten Platz kriegen können, dass ich jetzt doch ein Level... ...wann ab mal. Aber nein, das wär ja gütig gewesen. Und jetzt hab ich... ...noch den Endgegner vor mir. Und null Leben. Könnte es besser laufen, Leute, könnte es besser laufen. Ich schau mal, wie lange ich überhaupt schon aufgenommen hab. Das ist schon 17 Minuten. Boah, ey. So lange hätte ich gar nicht gedacht, dass ich aufnehme. Äh. So kurz, mein ich. Ja, get it. Oh, nee. Jetzt kommt nicht ein Meter. Und ich hab ein... ...verficktes Leben. Okay, das... ...das war nur das Beste, so. Glaubt's mir. Mit einem Leben kann ich doch überhaupt nichts machen. Also, ist mir Game Over an sich scheißegal. Ich mein, ich kann das Spiel ja fortführen, wie ich's fortgeführt habe vorher. Nur, dass ich am Anfang vom Level starten muss, ich komm, da drauf ist auch geschissen. Irgendwie. Auf jeden Fall... ...würde es der Endgegner platt gemacht. Hoffe ich. Ja, Sword! Du bist zu sterben, du wirst zu elendig verrecken. Denn ich bin viel cooler als du. Du blöde Kuh. Oh ja, fuck off. Du armer, armer Tropf. Fuck off. Fuck off. Du beschissenes Stück Scheiße. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Und irgendwie verdoppelt. Und du wirst jetzt sterben. Oh man, das war so knapp. Da, da, da. Okay, nochmal. Jetzt läuft der eigentlich ganz gut. Läuft besser als die anderen Endgegner, hab ich irgendwie das Gefühl. Kann man da oben drauf? Nein, kann man nicht. Okay. Stirb, 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 stirb. Du, ich slice dich. My rough and nice ghost. Slice, 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 slice. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ich habe ihn so geohnt. Rainbow Resort. Ich frage mich, wie viele Welten es gibt in diesem Spiel? Ich fange ihn mal an. Laser. Alter, Laser Phaser. Der prallt ja sau ab, das ist ja geil. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Aber es schlittert immer noch. Das ist nicht geil. Alter, ist das geil. Der Laser ist immer geil. Scheiße, ist der Laser geil. Und jetzt hole ich mir noch den. So, so voll durch Winkel, kacke. Ey, komm. Noch mal da hinten, oder? Ahaha, bin ich gut. Ey, das macht sauren Spaß. Ah, geil. Voilà. Seht ihr, selbst für mich läuft mal irgendwann auch was gut. Jetzt muss ich meinen Weg hier frei lasern, oder wie? Aber das ist mal nicht so hübsch. Aber die können wir alle hier gar nichts. Und ich will auch gar nichts anderes als Laser, weil Laser einfach awesome ist scheiße. Awesome like shit ist es einfach nur. Wobei es ziemlich beschissen ist, dass ich jetzt hier die obere Reihe wegmachen muss, weil ich sie anders nicht weggegriffen habe. Das ist natürlich assig. This sucks ass of doom. Warum sind eigentlich diese Waddle Dees? Heißen die so? Ist die da unten? Warum sind die plötzlich blau? Die sind doch eigentlich rot. Ey, ich will einfach nur die Scheiße hier weg haben. Geht es? Ich habe extrem dünne Nerven, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe mir meinen Laser kaputt gemacht, dich Idiot. Alter, oh! Ey, das ist echt extrem bekackt, dieses komische. Alter! Dieses beschissene Lecken dieses Spiels im Moment. Ihr wisst gar nicht, wie aggressiv mich das macht. Ich mache vieles so aggressiv. Ich kann jetzt auch gar nicht viel zu dieser Situation sagen, weil ich hier nur am Blöcke bashen bin. Und weil es einfach sau nervt. Okay, jetzt habe ich natürlich... Jetzt habe ich natürlich Glück gehabt. Jetzt habe ich natürlich Glück gehabt. Oh, jetzt habe ich natürlich einmal Glück gehabt in meinem Leben. Wow, wow, welches aber nicht lang anhält. Ey, die Kanonkugel wird mich nicht kriegen. Die kann sich selbst mal am Arsch lecken. Ey, nee! Oh, nee! Oh, nee! Ihr seid doch alle Scheiße. Warum leckt das Spiel so derbst? Ich hasse es, wenn es das tut. Dann kann ich mich gar nicht konzentrieren, weil dann nämlich die Verzögerung von Kirbys Interaktionen... Noch verzögerter Sinn und dann kackt mein Gameplay komplett ab. Yay! Level 2! Okay. Was ist jetzt los? Okay. Warum war da jetzt keine Musik? Und warum bringt meine Waffe hier nichts? Wie es losgeht, ist Level ohne Mucke so übelst mysteriös, als wäre es schon bei King Dididi oder so. Falls der in dem Spiel hoffentlich vorkommt, weil ich den mag. Ja komm, leck mich fett! Du Horst! Und jetzt habe ich das Inferno! Nee, Crash, nicht Inferno. Inferno ist wieder was anderes. Gehen wir mal in die Tür! Ja, wer hätte das gedacht? Alter, wie ich ne Sau ohne erst mal! Alter, wer schon tot ist! Geil! Ey, das Spiel läuft grad sau wie am Schnürchen, habe ich das Gefühl. Ist das geil! Alter! Alter! Das Spiel läuft mal so gut grad! Okay, ich hätte mir vielleicht doch nicht zerstören sollen. Sag mal, muss ich jetzt hier alle Gegner besiegen? Und warum? Warum kommen jetzt nur noch diese Zwischengegner, diese großen? Das verstehe ich nicht. Oh, Alter! Ich hasse es, wenn Kirby zu einer anderen Seite steht. Das macht er so oft und das macht mich so oft aggressiv. Weil du dir dann einfach sau viel verkackst. Ach komm, leck mich. Oh! Oh! Hör auf zu springen! Ich will dich treffen! Ich verkack mir grad alle meine Chancen. Und ich hab nur noch einen Energiebalken. Wie immer. Endlich treff ich den Wichser mal. Oh, Alter! Was mach ich? Scheiße! Was mach ich? Warte mal, ich hab nur noch was zu trinken. Okay. Das Spiel kann weitergehen. Okay. Das Spiel kann weitergehen. Okay. Diesen Hammer Wichser werde ich doch wohl irgendwie schaffen. Oh, Alter! Hör auf so rum zu springen! Das kackt mich sau an, weißt du das! Alter, du Wichser! Hör auf so rum zu jumpen die ganze Zeit! Das nervt! Oh, Alter, das nervt! Alter nervt der! Alter! Scheiße nervt der! Warum hat er eigentlich nur die Hälfte seiner Lebensenergie schon weg? Ich hab den doch noch gar nicht getroffen, den Assi. Jetzt hab ich Nerven am Hacken! Jetzt hab ich Nerven! Ich wusste doch, dass ich Nerven hab! Hammer! MC Hammer! Can't touch us! Oh, und ich hab nur noch einen Health-Balken! Oh nein, nicht der! Oh! Boah! Oh! Ich treten kann ich auch nicht, Alter! Wie wäscht man den, Alter? Yes! Alter, wie viel es ihm einfach abgezogen hat! Oh! Ja! Werf mich halt rum, ey! Assi! Ja! Ey! Alter! Nerv halt! Nerv halt die Menschheit! Mit einem scheiß Gesülz! Wie es ihm grad gar nichts abgezogen hat! Was zur Hölle?! Was zur Hölle?! Ich versteh diesen Gegner nicht und ich werd ihn nie verstehen! Alter! Konzentration pur ist grad ans Start! Endlich! Ob dem mir das Throw jetzt irgendwas bringt? Weil ich muss ja die ganze Zeit irgendwelche großen Gegner killen, so wie das aussieht! Und irgendwie ist es saulangweilig, das Prinzip dieses Levels! Ja, Alter, du mit deinen scheiß Wrestling-Skills kostet mich auch an! Ey, ist das jetzt hier so eine Art Mega-Man-Rip-Off oder was?! So immer irgendwelche Endgegner in einer Reihe, so wie bei den Wily-Stages am Schluss! Denen ist auch nichts Neues eingefallen, oder? Auch das Gefühl! Irgendwie dasselbe! Immer irgendwie komischen Endgegner-Platt machen! Das ist doch saulangweilig! Oh, so würde ich jetzt lieber einsaugen können! Alter! Oh, nicht der! Nicht der! Oh, nicht der! Nicht der! Ich hasse ihn! Der will mich immer essen! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ja, Alter! Fuck you! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ey, ist das scheiß Nazi, Alter! Scheiß Nazi! Oh, fuck! Fuck! Ach, alter! Hitler! Leck mich doch fett! Ja, fick dich! Stirb du Fichse! Stirb! Wow, und jetzt? Das ist jetzt passiert Und jetzt okay Okay